zu machen ist schwierig was fällt da schon durch ein Hühnchen jetzt gehen wir hier ganz unter ganz ganz unter die Musik ist doch schön ich hab bis jetzt noch nicht so viele Lieder vielleicht, ach schüttel, nur so einfach es könnten noch mehr werden mit eurer Hilfe empfiehlt mir einfach ein Lied, was ihr hören wollt und ich werde es dann tun voll Werbung-like naja wie kommst mit, ich hab dich vergessen ok, hier ist ganz unten ich mach ganz unten nicht naja so und dann machen wir hier mal ein bisschen Platz damit das taucht ach fuck das sieht jetzt keiner so und nö dann einmal so schimpf na komm, ne ich boah, alter scheiße, bin ich erschlagen so äh dann machen wir das mal einmal so so dann machen wir das ganz noch ein höher weil das Tor noch ein Stück größer sein muss so so ich hab's befürchtet, dass der Gravel mir von der Kistasse fliegt naja und das ist glaube ich das nicht, womit wir angefangen hatten naja so das ist auch nacht, das gibt es sich gut denn so dann machen wir unser helles Feld 1, 2, 3, 4 und dann geht das 1, 2, 3 und dann machen wir das und jetzt so und so ach fuck total gefehlt mhm Entschuld ach ist das scheiße wir müssen das doch noch ein höher machen ich lasse die Ecken mal frei, und guck, ob's dann funktioniert. Die Eröffnung machen wir heute noch. Und mit der Eröffnung riecht dann auf, weil das passt dann so total geil. Aber ich denke mal, das geht ohne die Ecken. Um ehrlich zu sein, hab ich zum Tor noch nie ohne Ecken gebaut, aber ich hab die immer weggemacht. Aber ist ja im Endeffekt dasselbe. Das ist ja stinkt, das ist echt Jesus. So, und dann einfach hier, lu, 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 lu. Und dieser Überflug, oh, hab's dir an. Oh, ey, Scheiße. Ha, ich muss mich strecken. Streckenrecken. Das hab ich völlig gesagt. So. Boah ey, mach mal hin jetzt. Eila. Ach so, falls ihr den Song von Jimmy hören wollt. Also, ähm, Mutter des Grauens Teil 3. Müsst ihr einfach nur Mutter des Grauens bei Youtube eingeben. Und dann halt diese Raute, die ich immer mache, als Zeichen. So Part. Und dann einfach 3. Und dann könnt ihr euch den Muttersong einziehen. Ich hab ihn von da und vom Livestream. Hier machen wir Treppen hin. Und das ist wieder der Muttersong. Und das ist wieder der Muttersong. Ach was. Das er versteht aber bestimmt. Ja genau. Ich treffe mich mit Wex und geh dann zu einer. Der Kerl hat's drauf. Wieso geht der nicht zu der, der ist? Dann kommt auf einmal seine Mutter raus. Sie schaut nicht blöder aus. Ich weiß, was ich ihm schreibe. Und sagt, was willst du hier? Ich sage, ich bin mit Wex hier und trinke jetzt ein Bier. Wir gehen in sein Zimmer und spielen irgendwas. Dann kommt die Mutter rein und sagt, ich will auch gern Spaß. Dann zieht sie sich nackig auf. Und kommt halt ihre Brüste raus. Und dann sagt sie einfach zu mir. Willst du sie komm zu mir. Und ich laufe Feuer weg. Wenn sie steht da und ich nackig rum. Und ich laufe Feuer weg. Und wie beim Melchase war sie fest. Jetzt hab ich sie schon wieder erwähnt. Es gibt mir wieder Ärger. Ach, damit haben wir genug. Weißt ganz genau, ihr seid scheiße jetzt zu mir. So, das kommt da rein und dann. Und dann. Und dann zieht ihr Slip aus und schmeißt sie mir ins Gesicht und sag, Komm, boy, sieh nicht aus. Ich sag nein, das kann nicht sein. Nein, ich bin nicht klar. Das hat dann alles erstmal hier rein. Ey, du Spachen. So. Ich schaue in ihre Beine, da fliegt ein Zimmer. Was ist denn ein Dach? Das ist ne Flieger oder ein? Und sie. Und jetzt. Und jetzt. Huiiii. Bevor mir Sex haben, bitte. Das geht so viel schneller. Äh, unser Feuerzeug. Die kleine Fliegen und Ameisen rum. Und sie sagt, so. So. Ich muss noch mal was schauen. Alles klar. So. Jetzt laufen wir einfach weiter. Wir müssen hier unbedingt reißen. Und wir sind wie viel schneller da. Und wir sind wie viel schneller da. Und äh. Hm. Ha. Funktioniert sogar. Naja. Dieser Eröffnung. Dieses hellen Portal ist für uns. Behandle ich diesen Part. Schauleute. Bis dann. Nein. Gar nicht. Das muss gut sein. Das muss gut sein. Total unpassend. So. Scheiß drauf. So. Geh weg, weg, weg. Geh weg, weg. Geh weg, weg. Nein, geh weg, da jetzt. Oh, alter Schnappe. So. Und jetzt. Moment. So. So. Du. Du. Das muss noch weg. Das muss noch weg. Das sieht nämlich sonst mega scheiße aus. Äh. Eigentlich nicht. Ich werd's den Part jetzt beenden. Ne. Das muss noch dauern lassen. Das sieht doch scheiße aus. So. Jetzt aber. Mach mal hier. Alles klar. Jetzt passt's. Ciao, Leute. Bis dann. Vergesst mich zu abonnieren, wenn's euch will. wenn ihr mehr von mir von Minecraft singen wollt. Bis dann. Das ist ja. Ja. Ich muss ja. Vielen Dank.